Durch die Bewegung der US-Börsen am Donnerstag und am Freitag vergangener Woche wird beinahe urplötzlich eine Jahresendrallye wieder sehr viel wahrscheinlicher. Worauf man achten sollte und wie so eine Jahresendrallye aussehen könnte, das möchte ich heute gerne für euch besprechen. Legen wir los! Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir schauen gleich auf die Indizes und ich werde euch meinen favorisierten Index nennen. Wenn die Jahresendrallye kommt, wo wird sie vermutlich am stärksten wirken? Wir werden auch gleich darauf schauen, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Börsen praktisch weltweit am Donnerstag und am Freitag sich so positiv entwickelt haben. Wir müssen allerdings auch festhalten und das mal vorab, das ist für mich kein All-In-Umfeld. Wenn am Anfang der vergangenen Woche die Stimmung bei vielen Anlegern so ist, nah an der Grenze zur Ausverkaufspanik und wenige Tage später hat man den Eindruck, es möchte aber auch keiner in der Jahresendrallye verpassen, dann ist das ein gefährliches, gefährlich ist das verkehrte Wort, ein unsicheres Umfeld und deswegen heißt das für mich, eine gewisse Cashquote in meinem aktiven Portfolio, die werde ich auch beibehalten und wenn das bedeutet, dass die Jahresendrallye die des Jahrhunderts wird, na dann gibt es zu einem späteren Zeitpunkt garantiert auch noch Möglichkeiten hier einzusteigen. So oder so das Umfeld, also eines, in dem die Stimmung sich so schnell dreht, da kann man ruhig mal mit einem konservativen Ansatz rangehen und das mal vorweg, aber verpassen möchte man natürlich auch keine Rendite. Und ein ganz kurzer Rückblick sei mir gestattet, unter dem letzten Video, da ging es um die Deflation, habe ich ein paar Kommentare vernommen, so viele kommentieren ja am Ende gemessen an den Aufrufen nicht, aber dennoch möchte ich die mal teilweise stellvertretend nehmen, Kritik ist immer ein bisschen lauter als Zustimmung, das ist auch vollkommen in Ordnung und einige haben geschrieben, jetzt bin ich nicht schlauer als vorher. Und das ist meine Aufgabe, wenn das bei einigen so angekommen ist, dann muss ich das beim nächsten Mal besser machen, besser erklären, ganz einfach. Mir ist aber auch wichtig, dass ich hier auf dem Kanal keine zu einfachen Lösungen für ziemlich komplexe Probleme liefere. Das ist so ein bisschen der Zeitgeist in allen Bereichen, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, der ist schuld. Wenn der weg ist, dann wird es gut. Wenn wir das anders machen, dann haben wir gar kein Problem mehr. In den allermeisten Fällen ist es aber eben nicht so. Man kann es so viel schöner darstellen. Also, auch an der Börse gilt selbstverständlich, da ist sehr viel Grauzone und gerade dieses Zusammenspiel zwischen dem Anleihenmarkt und dem Aktienmarkt, das lässt sich nicht mit ganz einfachen Worten erklären. Wie gesagt, es ist meine Aufgabe, es aber möglichst gut zu machen und ich habe gesehen und kann auch nachempfinden, beim letzten Video war es nicht so gut, beim nächsten Mal werde ich es besser machen, aber dennoch bitte, und zwar, wenn ich euch das mit auf den Weg geben darf, bitte nicht denen unbedingt dann das größte Gehör schenken, die sagen, es ist eigentlich ganz alles ganz, ganz einfach. Ihr müsst nur die machen lassen oder die machen lassen. In den allerseltensten Fällen sind die Lösungen, die quasi auf der Hand liegen, tatsächlich diejenigen, die sich nachher realisieren lassen. So, und jetzt blicken wir, ganz wichtig für euch der Zeitstempel, wir blicken hier auf die Ereignisse der vergangenen Woche. Ich nehme das Video jetzt am Samstagmittag für euch auf. Das heißt also, ihr habt den Montag des Handels jetzt noch als frischen Eindruck, den habe ich nicht. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, Klarheit gibt es nicht immer, wenn wir über den Gesamtmarkt sprechen, aber oft, wenn wir über einzelne Unternehmen sprechen. Und ich möchte am Dienstag bei mir im Podcast darüber sprechen, ob ich, wenn ich mich entscheiden müsste, Apple, Alphabet, also Google oder Microsoft am ehesten kaufen würde. Ich finde, von den anderen Magnificent Seven sind, wenn wir jetzt Nvidia oder Tesla nehmen, passen oder auch Amazon passen nicht so direkt rein, weil das doch sehr spezielle Fälle sind. Aber bei denen nehme ich oft wahr, dass ich eigentlich nur eine von den drei haben möchte. Und deswegen Dienstagmorgen im Podcast Apple, Alphabet oder Microsoft mein Favorit mit ganz klarem Fazit. Gerne, wenn ihr Lust habt, reinhören. Das sind die Nachrichten von Freitag. Und ihr seht auf Reuters das wachsende, das sich verlangsamende Wachstum auf dem Arbeitsmarkt. Also sprich, es sind nicht mehr Arbeitsplätze verfügbar. Das hat den Markt unterstützt. Warum? Weil es der FED hilft. Ganz kurzen Worten. Wenn sich der Arbeitsmarkt abkühlt in den USA, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur ein bisschen zurückkommt. Und wenn die Konjunktur von alleine, natürlich wirkt sie am Ende immer, auch als Reaktion auf die Maßnahmen, die es vorher gab. Aber wenn die Konjunktur zurückkommt, sich abkühlt, dann muss die FED halt weniger machen. Das heißt, jede Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt sorgt für weniger Druck auf der Zinsseite. Das heißt also, die Erwartungshaltung, dass Zinsen weiter erhöht werden müssen, die sinkt dann. Paul hat ja offiziell, der Markt hat ihm das allerdings nicht abgekauft, gesagt, wir halten es uns offen. Wir sind mit dem aktuellen Status zufrieden. Gegebenenfalls werden wir aber im Dezember dann nochmal die Zinsen erhöhen. Das hat der Markt nicht gekauft. Unmittelbar nach der letzten Notenbank-Sitzung ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung auf 15, 17 Prozent gesunken. Also marginal. Paul hat es versucht zu sagen, na, 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 denk dran, so schnell senken, werden wir die Zinsen nicht senken, vielleicht sogar nochmal erhöhen. Nee, hat der Markt ihm nicht abgenommen. Und die Arbeitsmarktdaten haben das dann nochmal bestätigt. Denn das war genau das, ihr erinnert euch dieses Szenario, until something breaks, davon war, das war immer der Arbeitsmarkt, von dem da die Rede war. Wenn der Arbeitsmarkt in den USA einbricht, dann hat, wenn man es böse formulieren würde, ja, der ist ja momentan in einem absoluten, 4 Prozent Arbeitslosigkeit, das ist ein absolut gesundes Verhältnis, dann hat die Fed mehr oder weniger ihren Job gemacht. Und dann wird natürlich im Markt eingepreist, dann braucht es eben keinen Druck mehr von der Zinsseite, dann müssen die Zinsen nicht weiter steigen. Dann werden wir als nächstes einen Zyklus sehen, in dem die Zinsen wieder sinken. Momentan ist die Erwartungshaltung für die Fed, also die amerikanische Notenbank, dass die erste Zinssenkung im zweiten Quartal 2024 stattfinden könnte. So, wir konzentrieren uns aber jetzt darauf, was am Ende des Tages so entscheidend dafür war. Der Markt interpretiert permanent. Aber wir haben einen ganz klaren Gradmesser hinsichtlich dieser Erwartungshaltung. Und das sind, ihr habt es schon gehört und ich habe es auch schon mehrfach angesprochen, das sind die Staatsanleihen in den USA beziehungsweise ihre Renditen. Sinkende Renditen bedeuten steigende Anleihekurse. Und wichtig, diesen Bear Market oder diesen Bear Steepener, die inverse Zinskurve, ich mache es jetzt nicht zu kompliziert, in einem gesunden Markt, sollte es für lange Laufzeiten mehr Zinsen geben als für kurze Laufzeiten. Bei uns, ja auch bei uns, aber insbesondere in den USA, war das Gegenteil der Fall. Und deswegen gelten diese inversen Zinskurven häufig, es kommt noch ein bisschen auf die Konstellation an, als Vorläufer für eine Rezession und dementsprechend auch einer schwachen Entwicklung am Aktienmarkt. Eine Normalisierung der Zinsstruktur ist für den Aktienmarkt immer etwas Positives. Hier könnte man noch ausführen, mache ich aber heute nicht, dass die langen Laufzeiten, die Entwicklung der Renditen, der langen Laufzeiten mittelfristig für den Aktienmarkt am wichtigsten sind, denn das ist mit, und zwar mit einem Hebel von 10 oder mit einem Faktor von 10. Wenn wir auf die großen Portfolien, Anleiheportfolien, der Vermögensverwalter, der Pensionsfonds und so weiter schauen, dann spielen dort diese langlaufenden Anleihen die mit Abstand größte Rolle, eine zum Beispiel gegenüber der zweijährigen Staatsanleihe in den USA eine zehnmal so wichtige Rolle. Deswegen ist die Entwicklung, die man dort sieht, ganz, ganz wichtig. Und wenn der Druck nachlässt durch die steigenden Renditen, dann ist das positiv für den Aktienmarkt. Diese Korrelation liegt momentan bei nahezu 100%. Das hier sind die zehnjährigen Staatsanleihen. Und wenn ihr jetzt nun mal ganz kurz hier anschaut, wie die sich verhalten hatten. Die Renditen sind also deutlich zurückgekommen an den letzten drei Handelstagen. Und wenn ihr dazu euch den NASDAQ 100 anschaut, dann seht ihr, dass unmittelbar hier nicht nur die Tech-Werte lassen wir heute weg, ob NASDAQ 100 wirklich Tech ist oder Mega Large Cap oder was auch immer. Also in allen Indizes hat man das gesehen. Und das ist letztlich, wenn ihr sagt, ja, ich hätte es gern mit einer hohen Gewissheit, was passieren wird, die Antwort müsst ihr finden. Und die ist nicht so einfach zu finden, denn der übergeordnete Trend, der ist natürlich eindeutig steigend. Theoretisch, das nur ganz kurz, kann man natürlich jetzt hier auch eine charttechnische Analyse der Renditen vornehmen und sagen, naja, hier ist der kurzfristige Trend gebrochen, können weiter fallen. Sollten sie in diesem Tempo weiter fallen, dann werden wir definitiv am Aktienmarkt eine Rallye sehen. Und mit jedem Tag fallender Renditen wird sich die Rallye wahrscheinlich sogar verstärken. Das wird nicht in einem durchgehen, auch das wird sich über Wochen vollziehen, weil dann mehr und mehr die Gewissheit wächst, dass das Top drin ist. Und zum Teil beginnt eben diese Zinsstruktur, so nennt man das, wenn man Anleihen verschiedener Laufzeit miteinander vergleicht, beginnt sich zu normalisieren. Wenn ihr hier die 10-Jährigen seht, dann betrug die Rendite am Freitag zum Schlusskurs 4,57% und im Vergleich dazu betrug die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen 4,77% Und ihr erinnert euch, was ich gerade eben gesagt habe vor einigen Minuten, in einer gesunden, normalen Zinsstruktur gibt es für langlaufende Anleihen eine höhere Rendite. Das ist hier gegeben. Völlige Entwarnung kann man allerdings noch nicht liefern, weil dass wir im ganz kurzfristigen Bereich, das ist die zweijährige Staatsanleihe, ihr seht, mit 4,83 haben wir es hier nach wie vor mit einer inversen Zinsstruktur zu tun. Das heißt also, man bekommt für eine zweijährige Staatsanleihe eine höhere Rendite als für eine 30-Jährige. Dieses Verhältnis baut sich gerade stark ab, weil die Anleihen mit kurzer Laufzeit schneller in der Rendite sinken als die mit langer Laufzeit. Das heißt also, es könnte bereits nächste oder übernächste Woche dazu kommen. Das wäre ebenfalls Entlasten für den Aktienmarkt. Aber nochmal, es ist eben auch ein Trend, der über Monate angehalten hat und von daher kann ich euch hier nicht einen Stempel drauf machen in puncto einfache Lösung und sage, das war's. Wir haben jetzt endlich wieder Normalität am Anleihenmarkt und das würde erstmal reichen für eine Rallye. Das hat ja letztlich mit der absoluten Höhe der Zinsen nichts zu tun. Das ist jetzt nicht die Auslösung. Deswegen steht hier nicht, vielleicht steht auch als Titel Mega-Rallye drüber. Ich will mich hier nicht berauben vorher. Ich mache in der Regel erst das Video und dann den Titel. Ihr wisst, was ich meine. Es geht jetzt erstmal nur um diesen kurzfristigen Effekt der Erleichterung. Diese inversen Zinsstrukturen haben oft mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten dann tatsächlich zu einem negativen Wiederhall am Aktienmarkt geführt. Es geht also wirklich nur um die nächsten Wochen. Es kann durchaus sein, dass es so wie in der Vergangenheit kommt, dass wir dann mit einer gewissen Verzögerung nochmal schwächere Aktienmärkte sehen. Soll uns heute nicht beschäftigen, sondern wir gucken abschließend nochmal auf die Indizes, die so im Anlegerfokus stehen. The winner ist Nasdaq 100. Hat sich am stärksten vom Tief erholt, ist auch der Index, der am Zins sensibelsten ist und von daher ist es nicht überraschend, wenn sich das so weiter fortsetzt, wenn diese Erleichterungsrallye sich fortsetzt, der Nasdaq 100 ist noch 5,6% vom Allzeithoch entfernt. Also da anzunehmen, dass eine Jahresendrallye durchaus auch noch neue Allzeithochs mit sich bringen kann oder eins zumindest erstmal, das wäre jetzt gar nicht so eine mutige Aussage. Wenn man es charttechnisch begründen möchte, dann müsste man sagen, jetzt fehlt aber noch ein Müh, um hier den Ausbruch zu schaffen oder in der Regel das nur ganz kurz, weil ich kann jetzt alle möglichen Verläufe da rein zeichnen, ein typischer Verlauf, das zeige ich jetzt mal bei einem Index, wäre also ein Ausbruch, der geht dann darüber, dann kaufen viele prozyklisch und dann gibt es aber nochmal eine Korrektur auf dieses Niveau, von wo aus der Ausbruch stattgefunden hat, so könnte sich das Ganze abspielen. Wenn wir uns das anschauen, im S&P 500, ein ähnliches Bild, 5,5% entfernt von dem Allzeithoch, bitte, ich habe es an anderer Stelle, schräge Linien sind für schräge Typen, ich möchte damit nur den Trend offensichtlich machen, die Linie selber ist nicht so ganz entscheidend, sondern im S&P 500 wird man dann eben auch an anderer Stelle von Jahresendrallye sprechen, wenn hier diese Kombination aus Kurslücke, die ist nach wie vor beinahe zu, kommt darauf an, ob man auf den Kassa oder Future schaut, diese offenen Kurslücken sind in der Regel Widerstände, wenn wir das hier überwinden können, dann wäre das positiv und auch hier an der Stelle der Hinweis, wenn, bisher ist es nur eine Erholung an einem Punkt, von wo aus dann eine deutliche Korrektur stattgefunden hat, wenn der Index hier wieder zur Unterseite abdrehen sollte, genau wie die anderen, dann haben wir es eben eindeutig nicht mit diesem bullischen Szenario zu tun, aber ihr wisst jetzt, worauf ihr am besten schaut, das sind nämlich die Anleihen, die Aktien reagieren eins zu eins momentan darauf und der DAX sieht ein bisschen steiler aus, das heißt die Korrektur war ein bisschen ausgeprägter, wir haben ziemlich genau dort, wo wir es auch vor drei, vier Monaten schon mal festgestellt haben, was wäre die klassische Auffangzone einer Korrektur im DAX um 14.800 Punkte, genau die haben wir erreicht, wenn man darauf nicht handelt, ist es am Ende auch nur eine Feststellung toll, dass ich es gewusst habe, also ich wollte es nur feststellen, der DAX passt sich hier in dieses charttechnische Bild ganz gut ein, der DAX ist ein bisschen schwächer, sieht man auch daran, dass er vom Allzeithoch noch fast 9% entfernt ist, also kann das Fazit nur lauten A Renditen im Auge behalten B wenn Ausbruch und Spekulation auf Nasdaq 100 oder man sagt ich kaufe auch schon vorher, ich riskiere jetzt schon zu kaufen oder habe ich vielleicht schon tiefer gekauft, weil ich glaube, dass dieses Entspannungsszenario jetzt kommen wird, dann wäre der Nasdaq 100 der Index, der vermutlich am stärksten da profitieren würde und das dritte ist, wer Klarheit möchte, was aus meiner Sicht die interessanteste Aktie auf Sicht von 3-5 Jahren ist, also Apple, Alphabet, Google oder Microsoft, der hört morgen früh in den Podcast rein. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, wünsche euch einen schönen Montagabend, bis dann und ciao. und dann die und dann die mit und dann die von